Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial über die FEM-Workbench von FreeCAD. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man mit FreeCAD eine einfache Eigengewichtsanalyse durchführen kann. Als Beispiel für das Projekt verwende ich ein Carboard-Vordach, das aus Holzbalken konstruiert ist und sich unter seinem Eigengewicht minimal verformt. Ich verwende in diesem Video-Tutorial einen Development-Snapshot von der 017er-Version und zwar den Development-Snapshot mit der Revisionsnummer 10.235. Die Software ist bei mir auf einem Windows 10 64-Bit-Rechner installiert. Im Folgenden möchte ich euch Schritt für Schritt zeigen, wie ich zu diesem Ergebnis gekommen bin. Ich lege ein neues Brait an, wechsle in die Part-Design-Workbench und wähle einen neuen Body. Anschließend möchte ich eine Skizze anlegen und zwar auf der Y-Z-Ebene, zoome etwas in die Zeichenfläche hinein und wähle das Rechteck-Werkzeug. Ich lege mein Rechteck auf die Z-Achse, mache die beiden Kanten des Rechtecks gleich lang und definiere eine Kantenlänge von 100 mm. Damit ist meine Skizze noch nicht vollständig eingeschränkt, ein Abstand fehlt noch. Ich möchte einen Abstand von der Y-Achse haben von 2,20 m und 20 cm. Nun ist meine Skizze vollständig eingeschränkt und ich kann den ersten Längsträger aufpolstern. Ich möchte ihm eine Länge von 3,66 m geben. Ich sage OK. Wir einpassen, axonometrische Ansicht und mein erster Längsträger ist erstellt. Meinen zweiten Längsträger möchte ich auf dieselbe Art und Weise erzeugen. Ich wähle einen neuen Body, create a new sketch, ich wähle die Y-Z-Ebene als Zeichen-Ebene aus und sage OK. Ich wähle wiederum das Rechteck-Werkzeug, ziehe ein Rechteck im ersten Quadranten auf, gebe den beiden Kanten dieselbe Länge und eine Kantenlänge von 100 mm. Anschließend fixiere ich die Skizze noch im Raum. Ich gebe ihr einen Abstand parallel zur Y-Achse von 2,70 m und einen Abstand von der Y-Achse zum linken oberen Punkt von 2,50 m. Damit ist meine Skizze vollständig eingeschränkt. Ich schließe die Skizze und wähle Aufpolstern. Auch diesem Längsträger gebe ich eine Länge von 3,66 m und 66 cm. Ich sage OK. Ich sage Einpassen und axonometrische Ansicht und meine beiden Längsträger sind erstellt. Im nächsten Schritt möchte ich meine Dachsparren erzeugen. Auch dafür bleibe ich in der Part-Design-Workbench. Ich wähle einen neuen Body, create a new sketch und wiederum wähle ich die YZ-Ebene als Zeichenebene aus. Ich zoome etwas in das Zeichenblatt hinein, um meine beiden Längsträger sehen zu können. Gehe auf den Drahtgitter-Modus und wähle das Polylinien-Werkzeug aus. Ich starte den Linienzug, erzeuge bei meinen beiden Längsträgern zwei kleine Aussparungen. Gehe möglichst senkrecht nach oben. Das hat jetzt nicht geklappt, aber hier gehe ich senkrecht nach oben. Ich gehe wieder ganz nach links und schließe meinen Linienzug. Diesen hier mache ich direkt senkrecht. Und diesen Punkt hier möchte ich auf die Z-Achse legen. Meinen Abstand kann ich direkt definieren. Das sind wiederum die 2,20 m. Und auch diesen Punkt hier kann ich direkt im Raum fixieren. Das sind die 2,50 m. Und der Abstand zur Z-Achse beträgt 2,70 m. Nun kann ich meine beiden kleinen Waagerechten hier noch gleich lang machen. Und eine Länge von 90 mm vorgeben. Genauso verfahre ich mir diesen kleinen Senkrechten hier. Wähle ich sie aus, mache sie gleich lang und definiere eine Höhe von 20 mm. Nun ist er noch etwas krumm, mein Dachsparren, aber auch das kann ich durch das Parallelwerkzeug beheben. Ich wähle die beiden Kanten aus, sage ich parallel. Zoome noch mal etwas hinein, ob sie irgendetwas zerrissen hat. Das ist nicht der Fall. Und kann noch die Höhe meines Dachsparrens definieren. Diesen möchte ich eine Höhe von 100 mm geben. Das hat jetzt nicht geklappt. Ich wähle nochmal den Punkt und die Kante aus und sage 100 mm. Nun hat es die Zeichnung etwas zerrissen. Das ist gleich, lösche ich nochmal hinaus, verschiebe das Ganze etwas nach unten und sage hier wiederum 20 mm. Nun passt an dieser Ecke alles. Ich sehe nochmal hier nach. Auch hier sieht es noch gut aus. Es ist noch ein Freiheitsgrad übrig und das ist diese Länge hier. Hier möchte ich einen Überstand des Daches von 300 mm definieren. Nun ist meine Skizze vollständig eingeschränkt. Ich schließe sie und wähle Aufpalstern. Meine Dachsparren sollen eine Stärke von 60 mm haben. Ich sage OK. Axonometrische Ansicht. Einpassen. Und wähle die Originalansicht aus. Die Dachsparren liegen sauber auf den Linksträckern auf. Und ich kann meine restlichen Dachsparren erzeugen. Diese möchte ich jedoch nicht alle einzeln zeichnen, sondern dafür das Array-Tool aus der Draft-Workbench verwenden. Dementsprechend wechsle ich in die Draft-Workbench und wähle Array aus. Ich möchte 10 Dachsparren entlang der X-Richtung haben. Dementsprechend gebe ich 10 ein. Diese beiden hier unten lösche ich raus. Und sie sollen einen Abstand von 40 von 360 mm haben. Das heißt, ich muss 400 mm wählen. Und meine Dachsparren sind erstellt. Auch hier liegen sie sauber auf. Das Dach ist im Grunde fertig. Jetzt fehlen nur noch die Stützen, auf denen sich das Dach abstützen soll. Dafür wechsle ich wiederum in die Part-Design-Workbench. Ich kreiere einen neuen Body. Wähle Create a new sketch. Ich möchte diesmal auf der XY-Ebene zeichnen. Ich wähle sie aus. Gehe wiederum in den Drahtgitter-Modus, um sauber zeichnen zu können. Und wähle das Rechteck-Werkzeug aus. Ich sehe zu, dass ich direkt die X-Achse erwische und ziehe ein Rechteck auf. Auch dieser Stütze möchte ich eine Kantenstärke von 100 mm zuweisen. An der Abstand zur äußeren, zum Längsträger außen soll 300 mm betragen. Ich sage schließen und aufpolstern. Meine Höhe der Abstützungen beträgt 2 m und 10 cm. Also ich sage OK. Einpassen. Und Originalansicht. Meine zweite Stütze möchte ich wiederum über das Array-Tool erzeugen. Dementsprechend markiere ich den Körper, wechsle in die Draft-Werkbench, wähle Array aus und möchte eine zweite Stütze entlang der X-Achse erzeugen. Diese ist bereits eingetragen. Ich wechsle die beiden unteren, lösche ich hinaus. Und mein Abstand entlang der X-Achse beträgt 2 m und 96 cm. Die Stütze wird erstellt, die Abstände stimmen und meine gesamte Geometrie ist erzeugt. Um eine FEM-Analyse durchführen zu können, muss ich jedoch noch die ganzen einzelnen Körper zu einem einzelnen Körper vereinigen. Dafür wähle ich alle Zeichenkörper aus, gehe in die Part-Werkbench und wähle Fusion. Nun ist ein einzelner Körper erzeugt und ich kann mit der FE-Analyse beginnen. Dafür wechsle ich in die FE-Analyse, lege eine neue Analyse an, wähle direkt meine Self-Wade-Analyse aus und weise dem Körper ein Material zu. Ich möchte in diesem Fall Wood Generic verwenden, denn ich habe einen Holzbau und aus Sicherheitsgründen möchte ich den E-Modul von 12 Giga Pascal auf 10 Giga Pascal verändern. Die Dichte des Holzes beträgt hier 700 kg pro Kubikmeter und die Querkontraktionszahl 0,05. Ich sage OK. Und im nächsten Schritt muss ich noch meinen Körper im Raum fixieren. Dafür könnte ich Fixed Constraint verwenden. Ich möchte in diesem Fall jedoch über Displacements gehen, das heißt über vordefinierte Verschiebungen. Ich wähle Displacement aus. Ich wähle meine ganzen Flächen mit Hilfe der Steuerungstaste. Ich sage Einfügen und definiere eine Verschiebung in X-Richtung von 0 mm, eine Verschiebung von 0 mm in Y-Richtung und eine Verschiebung von 0 mm in Z-Richtung. Das heißt, an diesen vier Flächen ist der Körper starr im Raum fixiert. Ich sage OK. Wieder axonometrische Ansicht und kann im letzten Schritt mein Netz erzeugen. Ich gehe auf G-Mesh und wähle eine maximale Elementgrüße von 50 mm aus. Ich sage Anwenden. Die Netzerzeugung dauert nun eine Zeit lang. Nun ist mein Netz erstellt und ich kann den Solverprozess starten. Dafür mache ich einen Doppelklick auf Calculics. Ich stelle sicher, dass Static angeklickt ist und lasse mir mein Eingangsfall schreiben. Ich starte den Solverprozess. Das Solverprozess hat geendet. Ich schließe das Fenster, wähle das Result-Object aus und lasse mir die Ergebnisse anzeigen. Wie man sieht, verformt sich das Dach besonders im mittleren Bereich, so wie man es auch erwarten könnte. Und die beiden Stützen werden seitlich etwas ausgebeult. Nun interessiert mich besonders meine Verschiebung in Z-Richtung. Und diese beträgt im größten Fall 0,21 mm. Das heißt optisch kaum mehr wahrnehmbar. Und man sollte auch davon ausgehen können, dass dieses Dach noch eine gewisse Schneelast tragen kann. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen mit diesem kleinen Tutorial weiterhelfen. Und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.